so was geht ab leute willkommen auf mein kanal heute ziehen wir uns mal ein bisschen mucke rein olex sash underrated ich finde er ist so underrated ne also ich glaube so mit diesem magischen song hat ihn so jeder auf dem schirm oder so bario was so ein bisschen diese melodische schiene ging aber so sonst ist er irgendwie nicht so präsent beziehungsweise bei vielen nicht so präsent falls ihr es nicht wirst underrated glaube ich weißt du unterschätzt auf deutsch was für underrated ich bin platin am 10 krasser als ich nur auf playstation fick friendship ich will action ich ess nix körper auf definition scheiß auf basics du brauchst facelift du siehst scheiße aus rap ist fitness schox electric vom 10er backflips bboy junior wuchs auf mit breakdance öffne das fenster wir fliegen weg lass mich da raus durch die stadt rauche die säule bis ende die saga beginnt mr o kannst du sehen wie es qualmt ich bin wolken nach hause mein viertel ist hart was hast du gedacht hast du schlafen du spaß augen weit offen mein herz erst rast scheiß auf dein album hol dir lieber das voll exash also von anfang an seit ich den einmal in diese gasse gesehen habe sein erster track glaube ich so der war noch ziemlich jung in diese gasse die ganzen jungs dann so zwischendurch rein kamen er hat noch nie irgendein scheiß lied rausgehauen immer fette tracks immer auf die fresse immer voll drauf so Ich steh nur auf Big Buds. Sie saugen Lärm, meine Büchnerz. Lass in den Bass durch mein Körper dann fließen. Mal geht es ab, mal geht es auf. Im Treppenhaus riecht es doch immer nach Pisse. Sie sagen, oh, du bist krass. Warum bist du underrated? Ganzes Viertel, ich fühl den Bass. Vor allem dann All-Links echt zu sprayen. Draußen ist der Asphalt nass. Du weißt, niemand ist hier safe. Renne vor Blausicht weg im Viertel. Seh die Angst in deinem Face. Wenn ich sag mir vor draußen ist. Ja, ich werd von... Oh, das ist übelst gemacht, dieses T-Shirt. Es ist genau wie DMX. Das ist richtig fett. Geil gemacht. Übelst. Das ist richtig fett. Am Ende auch richtig geil mit den Scratches. So Bombe. Geiles. Geil im Track. Kann man nichts sagen, so. Rolex-Eich war für... krass. Immer.